Lydia, ich habe was für dich. Ein kleines Geschenk. Wo bist du? Achso, ich habe die noch gar nicht gelootet, ne? Doch schon. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum die manchmal so schwer sind. Das verstehe ich einfach nicht. Lydia, wo bist du denn? Ah, da bist du ja. Oh, fast as fuck, boy. Äh, da. Äh, da. Natürlich, Sir. Ja. Elfenbogen. Pack den Schmutz weg, das will auch keiner sehen. Hier, nimm den hier. Äh, Waffen, V, das da. Gern geschehen. Ja. Hoffe ich. Weg. Ja, nämlich viel mehr, ne? Das ist richtig krasser, krasser Bogen, ey. Ganze Schmutz noch rausgeworfen. Ich habe auch ein Elfenschwert hier. Gestohlen. Ähm, hat auf jeden Fall genauso viel wie meine... Ich könnte eigentlich mal die Klingen mal upgraden. Was ist eigentlich mit mir los? Und eine von den Waffen könnte ich auch mal verzaubern. Gerade das Elfenschwert könnte ich vielleicht mal verzaubern. Dann habe ich mal eine verzauberte Waffe, wo ich irgendwie vielleicht mal Seelen irgendwie mal einfangen kann. Ist da irgendwer? Ah, ja, da. Hallo, ich bin's. Dein Untergang. Oh, das setzt sich ja nicht so halb auf die Treppe ist. Das ist doch behindert, wenn du so... Machen wir diesen da. Genau. Ja. Das tut mir ja leid, aber... Ihr habt ja angefangen. Ich war ja noch so im Gedanken so... Oh, geil. Ihr habt mir hier einen geilen Deal ermöglicht. Ja, sorry. Und da will ich ja meine Geschäftspartner ja nicht so in den Rücken stechen mit meinem Dolch. Stahl, Schild, ja, das brauche ich. Genau, ich. Das auch nicht. Die Zerstörung. Hier ist bestimmt auch noch irgendwas. Ne, bisher... Sehe ich nichts desgleichen. Egal, scheiß drauf. Dann, dann... Ich habe ja eigentlich schon mal eine Tour gefunden. Einmal meinen Misstrauen zu beweisen, reicht mir ja schon eigentlich. Komm mit, Kollege. Du machst deine Tauchstunde. Los. Ne, mach ich drüben. Zack. Tschüss, Lydia. Gehen wir mal hier lang. Wer weiß, was ich hier treffe. Hallo? Hallo? Oh. Was ist eigentlich mit dir los? Und zack. Abfahrt. Zack, zack, zack. Und tschüss. So, meine Freunde. Achso, der brennt immer noch. Das kann ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Gönnen, gönnen, gönnen. Geil. Leute. Was habt denn ihr hier alles am Start, sag ich euch. Ist ja richtig nett. So ein Waffen-Rack. Da ist ja auch nur Schmutz drauf bei euch. Ja, ne. Also... Das ist ja eine Quest, die ist ja eigentlich echt dafür gemacht, irgendwie... ein paar Level unter mir, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber das fühlt sich so an. So. Schön. Das erstes brauchen wir nur für Schlösser. Und für... Wenn wir das mit Eisen kombinieren, können wir daraus einen Stahlbacken herstellen. So. Hallo. Geil. Private Anlagen, so soll das zumindest noch aus. Sonst nix mehr. Dann gehen wir hier raus. Und grüßen alle. Oh. Das ist immer groß. Das ist echt schön. Ach, Ziegen fällt nämlich mit. Da kann ich nix. Wir speichern mal zwischendurch. Oh, da oben... Die sind ja auch Säcke. Da oben drauf. Kann ich das irgendwie schon so runterpfeffern? Oh. Hi. Genau. In den Arsch. Ach, jetzt sehen mich alle. Das ist doch doof. Also, na, genau. Hoch. Hoch. Und dann, sobald wir den sehen... Aus dem Leben. Schön die Arterie getroffen oder so. Da wird jeder Mann schwach. Na komm. Müssen Beweise vernichten, ja? Und du... bist eins dieser Beweise. So, meine Freunde. Wir müssen jetzt auch noch ein paar gammeln, kann das sein? Hier nicht. Da nicht. Da hinten ist ein Erz. Da ist keiner. Da hinten ist ein Typ. Hier sitzen zwei. Dann snacke ich mir doch einfach mal den da weg. Bam. Bam. Er stellt dir einfach rein. Einfach alle stellen sich rein. Lol. Hitbox of Doom. Jetzt wollen sie kommen. Sagen sie. Jetzt sagen sie... Lol. Hat echt einer mich gesnitcht? Er hätte sogar noch mehr Leben. Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir los, ha? Okay, dann los. Lol. Ich habe irgendwie nicht auf mein Leben gedacht. Ich war einfach nur gerade im Reinhauen-Modus, ey. Komm. Dann machen wir das jetzt nochmal mit Stil. Oh. Ich halte schon mal LinkedIn-Maus. Hast du gedrückt? Was ist das denn für ein lächerlicher Mist? Dann haue ich mal direkt rein, ey. Der jädelt sich da jetzt schon runter. Was? Was? Wir brauchen was? Was? Wir brauchen was? Boah, das hat mir halt nicht abgelenkt, ne? So. Ein bisschen Abstand gewinnen. Alter, wie die alle an der Karawane oben in Langlatschen. Ist das herrlich, ey. Oh, den fische ich mir noch da raus. Easy. Zack. Weg mit dir. Jetzt rennen sie alle da runter wahrscheinlich, oder? Die oben. Ja, die rennen auch alle da runter. Easy. So. Jetzt müssten die einfach nur alle da runter gehen. Dann wäre ja schon fast gegeben. Weil wenn ich alle da unten sammle... Ist da jemand? Ja. Aber mir am besten alle. Das wäre geil. Okay. Warte. Ich bin's. Ey. Der bewegt sich halt... Wir haben jetzt hier die Hitbox wieder auf Doom. So. Einmal kurz alle ausradieren. Wieder wegrennen. Das ist ja immer nice. Die Kombi, ne? Wollen wir einfach mal sagen. Die müssten jetzt eigentlich alle entweder angehittet sein. Oder die müssten einfach übelst, ähm... Oh, also da unten müssten safe eigentlich so drei gestorben sein, weil der... Ich habe ja die Bombe sogar fallen lassen, als die auf deren Köpfen war. Mit dem Öl zusammen. Müsste schon gut eigentlich Schaden angerichtet haben. Da macht ihr mit der Axt, der mit der Axt war am schwierigsten, glaube ich gerade. Wie bist du so drauf? Ja, der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig krass. Dreifach schadet ihr mit uns. Okay. Da muss ich glaube ich mal wissen. Oh, komm einfach mal so just for the lords. Echt? Kommt ihr hier runter? Ja, Leute, ne? Oh, jetzt muss ich gehen. Jetzt ist es time to run. Ja, gehen wir mal hier hoch. Ja, das geht ja die Zeit eigentlich nicht rum. Aber ein bisschen Kohle im Magen, da geht immer gut was ab. Oh, das war ja herrlich gerade. Ich habe nicht gedacht, dass ich ihn treffe. Ich dachte halt wirklich eher, also, dass ich ihn treffe, so von der Range und so, vom Fall her und so, habe ich mir schon gedacht, das könnte passen, aber ich dachte eher, dass ich die Latte da oben treffe. Was stimmt denn eigentlich nicht mit euch, ne? Oh, jetzt genau den Kopf der Bande so einfach mal zwischendurch rauspicken. Ja, ist ja schon ziemlich nice. So, wie mache ich das jetzt am cleversten? Also, ich glaube, es sind jetzt zwei noch extrem, also im Vergleich zu den anderen, extrem stärkere. Ja, wie gut jetzt der Bruder da war, der Jarrah oder wie der hieß, weiß ich jetzt nicht. Habe ich hier nicht einen irgendwie weggenascht? Anscheinend nicht. Also, da muss ich ja noch auch irgendwie drauf, ne? Das wäre sonst auch eine Schande. Da ist noch einer gestorben bei. Ist das euer Scheißernst? So, der sieht besonders aus. Der sieht nicht besonders aus. Der guckt sogar hier hoch. Das ist so doof. So, wenn die da unten rum... Vielleicht kann ich mir den wegnaschen. Ja, schön mit dem Fuß festgepinnt, ey. Ja, wie sich gehört. Die kommen wieder angelatscht. Ist mir aber egal. Ist mir halt wirklich... Sind jetzt noch zwei. Warte mal, nee. Doch, zwei. Anscheinend gibt es nur einen großen, also so krassen Gegner. Starker Dude. Und es gibt dann halt noch den End-Dude. Das sind die beiden da. Ich würde gerne wissen, wie viel Leben der noch hat. Ich würde auch am liebsten... ...ähm... ...so Runen machen können. Das wäre richtig geil. So, gucken wir mal, wie viel der noch hat. Er hat noch einiges an Leben. Ach komm, hier gibt es keinen Bock mehr. Ich weiß noch nicht, wo Lydia ist, aber... Und dann nehmen wir einfach mal aus Sicherheitsgründen schon mal unser Leben. Unser Wohlverdientes. Also auf drei Stufen, muss ich auch mal dazu sagen, ne. Ja, und geilen Hammer, muss ich auch mal gucken. Soll ich einfach komplett ignorieren, ne. Muss sein. 26 Schaden, was hast du dazu? Hä? Keiner Verräter. Aber ich glaube, der Hammer ist nicht so geil. Ich glaube, Lydia ist genauso gut, mindestens. Der Komplizier. Genau, wo bin ich? Ja, rein, runter. Okay, wer weiß, wo ich bin, da hat echt Angst vor mir gerade. Hehe, gefällt mir. Hier springt alles in die Luft vor Freude. Ähm, achso, ja. So, mein werter Freund. Dein Gold nehme ich an mich. Gesundheitsring. Das hört sich doch geil an. Das mache ich doch mal direkt, äh... ...stecke ich mir doch gerade mal an den Finger. Ah, ich kann nur einen machen. Entweder Leben oder Ausdauer. Das ist, glaube ich, Leben schon nice, oder? Wie viel habe ich dann eigentlich an Leben? Boah, 280 ist halt auch schon kriminell, ne. Muss man einfach sagen. Dann lassen wir... Ach, keine Ahnung. Können wir auch erst mal jetzt leben lassen. Und, ähm, dann immer sagen, einfach mal jetzt in Zukunft jedes Level geht erstmal in Ausdauer rein. So, dann looten wir mal hier so, während Lydia irgendwo verschollen ist. Ist das was wert? Fünf. Geil, geil, geil. Und das noch? Schmutz. Ähm, nice, nice, nice. Und den... Oh. Hey. Nimm mit. So, jetzt wie komme ich da oben dran? Hier, ich kann nicht klettern, ne. Das heißt, ich müsste... Schade. Das heißt, ich müsste hier so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So, easy. Den habe ich auch weggenascht. Meiner. Jetzt haben wir hier noch. Käserad. Das ist alles geil. Alles, alles mega gut. Und das stand da so versteckt. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Wichtiges. Auch mega nu... Ähm, mega... Nice und gut. Da ist die Kombination so mega nude. Ich weiß nicht, was bei Mimantra abgeht. Geil. So, ich muss mal einmal kurz jetzt hier mal den da, weil... Ich will, dass Lydia auch mal hier ist. Geht doch. Äh, nee. Komm, scheiß auf. Weil der Helm macht im Prinzip auch nur... Ähm... Der Helm macht auch im Prinzip nur bei... Ihr nur mehr Mana. Sie zaubert ja gar nicht. Deswegen. Weiß nicht, ob das so clever wäre. Äh, bümm. Ich kann hier ein bisschen Holz hacken. Das Silber nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und dann würde ich sagen... Ah, jetzt die ganzen kleinen Fische. Die loote ich jetzt nicht mehr. Aber ich war noch nicht ganz unten. Vielleicht ist da noch irgendwie eine Kiste oder so. Oder ein Geldbeutel. Könnte ja schon reichen. Kurz auch mal überlegen. Gucken. 4000 haben wir schon. Da könnten wir uns auch überlegen, ob wir vielleicht noch gegen Ende dann... Ein paar Räume... Äh... Zu Ende ausrichten lassen von... Der Wertenglü... Die... Tomatensuppe. Jetzt will ich schon hier unten bin, aber... Die haben halt nur Müll. Wobei, das sieht lecker aus. Aber der Rest... Boah, den hat aber auch richtig direkt stecken gehabt, ne? Mischen Brot. Hm, hm, hm. Oh, hier ist noch was versteckt, oder was? Nee, hier... Oder vielleicht hier unter... Unterwasser? Ja, sieht nach nein aus. Aber hätte mal sein können, dass ich wieder... Dass er im Missvertrauen... Äh... Wieder hier zündet. Luft holen. Und weiter gucken. Ich dachte mal, echt, dass es hier vielleicht... Gerade weil es hier so das... Das Endareal ist. Vielleicht hier nochmal. Kiss... Lol. Keine Ahnung. Alles mitnehmen. Geil. Ich hab's doch gewusst. So, ja, komm. Ich hab irgendwie zwei Waffen bekommen, auf jeden Fall. Ah, das ist doch geil. Das ist doch richtig nice. Ansonsten... Nicht noch irgendwas? Oder war das... Halskette war das. Stimmt. Ein Verzauber der Halskette, das ist der Frostunterdrückung. Ja, ist auch nicht schlecht. Dann bin ich jetzt auch zufrieden. Wupp. So. Da ist nix. Nix, nix, nix. Wenn ich jetzt hier so hässlich rumlaufe, dann... Krieg ich eigentlich nix. So, dann nehmen wir auch das hier mit. Geil, ey. Dann haben wir richtig viel Mineralien, also Materialien bekommen. Geld haben wir auch. Im Zweifel um ein paar Sachen fertig zu bauen. Und ansonsten... Ist geil. So. Dann... Machen wir hier auf den Puff. Muss aber gar nicht mehr da rein. Ich muss ja einfach nur noch raus. Das ist das Schöne. Das Schöne da ran. So. Dann... Gehen wir mal hier lang. Da hoch muss ich nicht. Ich muss da raus, ne? Zack. Und raus. Und raus. So. Boom. Und draußen sind wir. Die Quest ist abgeschlossen. Und damit... Wir fertig für... Den Moment. Feind in der Nähe. What the shit ist schon wieder los? Hä? Was ist denn jetzt so gefährlich? Leute. Also... Ich werde jetzt verreisen. So. Ey. Feind ist getue, ey. Ich bin auf die Nerven. Ich gehe jetzt hier hoch. Da kann mich gar nichts angreifen. Hu 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 hu. So. Wer will mich jetzt hier noch angreifen, ne? Ja. Geil. Also. Wie gesagt. Haus am Seeblick. Oder Haus des Seeblicks. Rein. Alles ablegen. Das ist eine Menge Zeug, muss ich sagen. Also richtig viel Stuff. Jetzt noch ein bisschen... Craften. Mal. Könnten wir eigentlich machen. Bevor ich Lydia sage, was sie mir alles dazu holen soll oder kaufen soll, glaube ich, werde ich erst mal hier wirklich... Ähm. Erstmal packe ich wieder meine... Leute, ich habe die ganze Zeit in der Divi-Skillen-Rüstung gekämpft. Die waren ja richtig low. Ich dachte, die waren nicht so viel Schaden. Weil ich auch schon die andere Rüstung anhatte. Na gut, dann behalten wir die auf jeden Fall auch an. Ähm. Ja. Okay, ich habe das Schild. Nice. Äh. Bum, bum, bum. Dann machen wir jetzt erstmal so. Und klatschen. Alles rausklatschen macht auch keinen Sinn. Die Bella-Statue wieder. Das ist auch interessant. Das gebe ich dann mal dem Delvin nachher. Ja, nicht ablegen. Auch nicht ablegen. Ähm. Ach, stimmt. Da ist also vier dabei. Das kann ich auch nicht ablegen. Oh, hier. Bald habe ich kein... Habe ich ein volles Inventar, nur weil ich die ganze Zeit so Quest-Gegen schon da habe. Dann weißt du was? Dann machen wir da einfach als nächstes mal... Meridia-Stern. Why not? Ganz ehrlich. Und vor allem, warum packe ich denn alles raus? Eigentlich müsste ich ja noch andersrum machen. Eigentlich müsste ich ja alles nehmen. Weil das eh nicht mehr... Da ist jetzt nur noch das Zeug... Hier ist ja das ganze Alchemie-Zeug drin jetzt, ne? Ja. Das heißt, ich gehe jetzt mal... Ha. Was brauche ich jetzt hier in dem Raum noch, damit der hier fertig ist? Das ist schon noch einiges. Zwei Zielertrappen. Haufenweise Vitrinen. Da brauche ich wieder Nägel. Das heißt, ich muss mal kurz am Amboss gleich mal ordentlich Nägel schuften. Ein Horn für zwei. Das heißt, hier Eisenbeschläge brauche ich auch nochmal drei Stück. Noch nochmal vier, fünf Eisenbeschläge. Und ordentlich an Nägel ballern. Äh, ich bin eventuell etwas voll. Eisenbeschläge. Na gut, da haben wir noch ein bisschen Eisen. Bevor wir das neue Eisen schmelzen müssen. Und wieder Schmiedekunst. Gelevelt. Wie viel haben wir eigentlich gerade drüber? Ach. Das sind ja nur über tausend Last. Eigentlich müsste ich hier so komplett zusammen sacken. Weil ich so voll bin. So, dann machen wir erstmal ein bisschen hier Licht ins Dunkle. Und zack. Ähm, dann die Lampen noch. Oh, da brauchen wir sogar drei. Ey, macht mich arm. So, noch das Ding. Und das Ding. So, und hier fehlt mir jetzt Nägel. Ich habe jetzt sechs insgesamt. So, ich habe jetzt hier für jedes brauche ich ein... Ne, brauche ich sogar gar nicht. Aber für die oberen brauche ich aber ein Scharnier immer. Ach, easy. Brauche ich nur noch Nägel. Dann kann ich das in den Raum hier fertig machen. Ist ja geil. Ist das nicht geil oder ist das geil? So, Nägel. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Also, dass ich safe auf jeden Fall hier noch für das Haus kaufen werde. Das ist auf jeden Fall safe der Bade. Also, geil, dass ihr so ein geiler Lieder trellert. Das ist schon... Ja, ist schon nice. Und ich rutsche immer wieder runter. Das ist diese Stuhle. So. Ach, was fehlt denn jetzt schon wieder? Ein Scharnier auf einmal. Ich dachte aber... Ach nee, die oberen braucht nur ein Scharnier. Kacke. Na gut. Noch ein Scharnier. Erstmal, um das Haus... Äh, um den Raum hier fertig zu machen. So. Und... Bämms. Fertig. Schöne Sache auf jeden Fall. Die Wand halt... Ah, das war die da. Und dann hier die Vitrinen. Ah, die haben noch gefehlt. Stimmt. Guck mal, dann kann ich hier Nesselfluch und sowas reinpacken. Ja, geil. Habe ich den noch? Ja, guck mal da. Zack. Hat alles direkt seinen Platz, ja? Will ich mal kurz anmerken, ne? Wird doch nochmal. Ähm. Ein Holzding. Packen wir auch da rein. Einfach, weil es cute ist. Und weil es eigentlich auch gestohlen ist. Aber wir juckt mich ja nicht. Ne, jetzt. So rein. Und Deckel zu. Das schwebende Teil da. Egal. Ja. Ich könnte auch dann die abgeschworenen Dinge könnte ich einfach hier reinpacken und dann zumachen, den Laden. Aber gut. Waffenkammer haben wir abgeschlossen. Geil. Richtig nice. Ähm. Hier hatten wir noch einiges. Aber das zählt jetzt. Das zählt auch zu Hauptraum, ne?